Herodotos Wir haben auch gemeinsame Feinde Er ist Teil einer mächtigen Gruppe, die sich Kult des Kosmos nennt So Nie zulassen, ja Ich muss sie finden, bevor sie es tun Und ich glaube, sie werden jeden bekämpfen, der ihn in die Quere kommt Bei Hermes, das Orakel wird manipuliert und jetzt dieser Kult? Wissen wir, wer sie anführt? Ich weiß es nicht sicher, aber... Es könnte mein Bruder sein Dein Bruder? Weil ich weiß, dein Leben ist kompliziert Aber keine Sorge, der Kult des Kosmos hat jetzt drei neue Feinde Wir haben gedacht, sie hat sie Eine Sorge wie sie Wir werden den Frauen der Götter über ihnen entfernt Gibt er immer so positiv? Immer Deshalb mag ich ihn so Verteidig! Zuerst müssen wir nach anderen Zuerst müssen wir nach anderen Zuerst können wir nach anderen Zuerst können wir nach anderen Zuerst werden ein Schäfer etwas aufräuschen müssen Zuerst können wir nach den Schäfer nicht voll Was meinst du? Zuerst Hättest du das nicht vor dem Ablegen sagen können? Wo in Poseidons Namen sollen wir jetzt das Material herkriegen? Mein Vater brachte Zuerst 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 Schade, links abgeschlossen. Ich weiß gar nicht, was passiert, was ist denn jetzt gerade passiert? So. Ich hoffe, keine Ehe da sind, ne? Das ist ein bisschen ehrwillig, ne? So. Mhm. So. Haben wir gerade die Schiffe versinkt oder das würde ich mal nach oben tauchen? Okay. All right. Hier. Okay. 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 Hey, hey, hey. Komm her. So. So. Wir können wieder nach oben tauchen. Die machen gerade fett Bart hier oben oder wie. Und runter. Hier, Kistchen, Kistchen, Kistchen. Und hier meine Kisten, Kisten, Kisten. Vielleicht findet man den Perser wieder, ne? Warte mal. Ne. Dann gehen wir nach oben. So. Dann gehen wir nach oben. Unsern Icarus. Der sagt, treibt gut. Okay. Zurück. Auf eure Posten. Auf eure Posten. Wegstarten. Auf geht's. Auf geht's. Und schuppen. Kapitän. Die Ruderer müssen sich ausrufen. Feuer frei. Lass sie brennen. Auf geht's. Oh yeah. Mach schneller. So, wo ist denn die Blockierung jetzt? Warte mal. Ne. Icarus. Wollen wir das jetzt? Okay. Mehr Puder. So. Jetzt etwas langsamer. Wir werden doch nicht warten, Kapitel. Will ich auch hoffen. Mh. 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 Opa. Das ist ein anderer Tauch. Schneller, schneller. Ah, da haben wir die Bärse gefunden. Mh. Mh. Na, Hummus. Letz'a. Und nach oben. Oh, Gewitter. Ein reines Brot. Öl untersteckt. Verdammt. Kommando. Schiff. Wir haben uns eine neue Mannschaft gefunden, ne? Okay. Wie schon der aus? Wo ist jetzt? Komm schon mal raus da. Nee. Pierser will ich nicht. So. Fähigkeiten haben wir gekriegt? Okay. Nicht schlecht. Was wollen wir denn verbessern? Das wird ein heftiger Sturmkapitän. Ja, ja. Wollte mal. Kann ich jetzt nicht das Schiff upgraden oder so? Nein, verdammt. Oder? Doch. Das geht. Geht nicht. Das geht. Das geht auch nicht. Okay. Wie viel brauchen wir da? Der hat 445. Das könnten wir machen. Das könnten wir... Ja, 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 ja. Das machen wir. So. Mal aus der scheiß Bucht raus, ne? Kommen und dann geht's ab, ne? Wo warten wir hin eigentlich? So entlang, ne? Und los geht's. Hoppala. Hoppala. Entschuldigung. Porrito, porrito. Fule, pulle. Jetzt bin ich. Langsam. Pssst. So. Und ich flieg weg. Wir sind am Valros. Uiuiui, da geht es tief runter. Es geht zu tief, tief, tief. Es geht zu tief. Ja. Ja. Und rauf da. Wir hatten uns gerade die Delfine. Wasser, das ist geil. Aber es ist gut gemacht, ja. Muss ich sagen. Aus dem Weg. Aus dem Weg. Käpt'n an Bord. So. Ja. Ich lass mich wieder zu viel ablenken, ne. Aber. Es muss, ne. Foto. Na. Und Schupp. Ein gutes Segelwetter, Kapitän. Bereilt euch! Bruder im Zwotzer. Jäger. Und Schupp. Im Torthaus. Wie schön. Kapitän hat Steuern verlassen. Macht mal Pause. Tschüss. So, keben wir das Pötchen. Motorboot, motorboot. Oh je. Hallo. Was ist denn jetzt kaputt? Was ist mit euch? Warum schießt ihr auf meine eigene Leute? Ja sicher, Bären, alles. Was ist mit euch? Jetzt sind die Reine. Was für ein blöder Tod, ne? Ach du Scheiße. Ja, so kannst du gehen, ne? Ach ja. Ach du Scheiße. Hm? Hm? Ουδιός ο Πεσοβακός Πολυσύγχρον, πολυαίος, πολυαίος, πολυαίος Όταν εις φρένας εμάς εις έλθει Και εις έλθει με θητώτας, με θητώτας, με θητώτας Διδασκεί με, διδασκεί με, διδασκεί με χορεύει Διδασκεί με, διδασκεί με, διδασκεί με χορεύει Για μόνο το σύνολο, να σας δούμε τη φορά εδώ Όταν μεθάς εναστάς, όταν μεθάς εναστάς Μετακρότων μετώδας, παίρνει μέχρι Απροδίτα, Απροδίτα Διδασκεί με, διδασκεί με, διδασκεί με, διδασκεί με χορεύει Διδασκεί με, διδασκεί με, διδασκεί με χορεύει das dorfen ist mein aber als rache anders so so als nächstes haben wir einen booster rein so sander du weißt ja was das bedeutet wir müssen das dorf jetzt echt vernichten und das lassen wir uns mit auf unseren schultern sitzen zuerst machen wir ein mittel finster so die rache kommt nun in der dunkelheit in der dunkelheit wie hat das geschehen popi bevor ich die heute gezwungen so Der Junge stirbt doch ein bisschen, so. Schade. Der Schleicher geht rund um. So. Der ist aber flink gewesen. 21er ist das. Komm. Das ist leicht verliebtes Geld. Schau mir mal ein Schild her, Alter. Ich glaube, ich brauche mal eine stärkere Waffe, ne? Was? Nein, mach das aus! So, wie süss ist das alles? Du hast keine Chance gegen mich, Hoshi. So. Schau mir mal ein Feuer. Ja. Du bist sowas von tot, Junge, Alter. Ist, ist, ist. Okay. Der Punkt geht dann durch. So. Und ich bin die Wolke und dann warte ich auf dich. Ich denke, du kannst mich schlagen. Oh nein! So, Kollege. Du gehst mir. Hier. Mhm. So. Kann ich den nicht. Scheiße. Was will ich denn im Team haben jetzt, ne? Sehr gut, Kassandra, sehr gut. So. Wir stechen bald in See. Ich will dich dabei haben. Oh, yeah. Und jetzt kümmern wir uns um die Kandidaten, ne? Mit Burschen. So. Das Gebiet wird sicher gut verteidigt. Schauen wir mal. Hoppata. Bärli, Bärli, Bärli. Oi, 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 oi. Ja, what the fuck. Okay. Warum wird das so stark bewacht hier? Ach du Scheiße. Guck dich das jetzt an, was ist da los? Wie ist da los? Wie ist da los? Wie ist das? Wie ist das? Wie ist das? Ich habe hier. Hm. Was ist denn noch eine? Ach du Scheiße, hast du das gesehen, wie das aufploppt hinter mir? Scheiße, Mann dann. Ach du Scheiße. Komm her. Ach du Scheiße, schau dir das an. Weiter. Das ist, glaube ich, ein blöder Täter. Ich merke es, die Überzahlner. Kassandra, das ist zu viel. Eindeutig zu viel. Ach du Scheiße, ach du Scheiße. Ja, brennt im Wasser, ne du? Was ist mit dir? Ach du Scheiße. Ist ja jetzt ein verrückter Trümmer. Was ist das für eine Horde? Oh Mann, das ist markiert, wenn ich das da, das Gebiet. Okay. Da war das Ding gewesen, Mann. Scheiß drauf. Ich will das Ding haben. Oder? Nein, später. Scheiß drauf. Ich will das Ding haben, ich will das Ding haben. Stirb doch, du Frögen. Späre werfen! Bereit halten zum Feuern! Gehe los! Hm? Bögen bereit machen! Na los, noch ein Versuch! Reiz mit den Spären an! Bogen schützen vor! Bogen schützen vor! Bogen schützen vor! Bist kein Treffer! Bogen schützen! Haltet euch bereit! Wir müssen da rein schießen! Wie verschießen die nicht? Egal. Wir trödeln da rum. Ich weiß nicht, wie sie da machen. So. Genau. Und geabfockt. So. So. So aus aus der Pucht. Wo müssen wir hin? Ich weiß nicht das. Keine Ahnung. Puh, lass mich überraschen. Haben wir da markiert? Ja. Ja, vorne geht's lang. So. Was sind die jetzt? Okay. Vorne können wir, glaub, anlegen, oder? Schaut so ein Dorfmäßig aus. Da ist ne Anlegestelle, ne? Guter Tempo! Oder nicht? Können wir da nicht anlegen? Bereits zum Feuern! Hm? Kann man da nicht anlegen? Jetzt was ist da los? Hallo! Oh, mein Schub, bisschen. Hm. Was ist denn das für ein Dorf da überhaupt? Ein Steinbruch oder so? Hier fahren doch Schiffe hin, ne? Schneller! Hm. Bitte uns rein. Und die Bögen! Ja! Ja! Pist dich, ey! Wie kommt denn da draus? Was ist da los? Ja, ja. So. Ja, ja. So. Das Gebiet will ich ja an. Schöne Bröber, Kasama. Mach das. Schnell. Mach mal deine Erkundungs-Duo, ne? So. Lockes. Salz der Erde. Schauen wir mal. Mhm. So. Da. Ich hab was. Hm. Gibt's doch nichts zum Entdecken. Hm. Eigenartig. Nö. Verschleunigen. Lieg. So. Hm. Und dann gibt's gar n' Dings da noch. Okay. Kommen wir zurück zum Schiff. Egal. Äh. Und Schupp. Mach fünf. So. Hoppala. Ich bin ja super Käpt'n, ne? Verräumtes Boot. So. Da. Und Schupp. Und Schupp. Okay. Mal Karte schauen. Okay. Okay. Äh. Da gibt's hier was. Hm. Das schaut nachher in der Stadt aus, ne? Hundhbern… Ruder ins Wasser! Warum? Lasssch ihn dir vor! Kann man hier irgendwo anlegen auch mal, ich weiß noch, was ist denn das für komisches Ding was ist da? Schö, jö, jö Ande Und push Servus. Das Land von Salz und noch mehr Salz. Ja, das hat man schon. Ja, da gibt es einen Weg. Da müssen wir rauf. Mehr wollte ich ja nicht. Das Salz rauf ist super noch zum Baden. Ich will den jetzt verarschen, oder was? Wir waren doch dort, oder? Wohin? Eieieiei. Kleiner Kraxler. Synchronisieren. Eine richtige Salzfarbe. Wir haben sie hier aufgebaut, ne? Nicht schlecht. So, was haben wir da scheinlich? Oh, das ist ein Lavasee anscheinend. Okay. Oh, da müssen wir hin. Boah, das ist doch eine weite Strecke. Ja. Warte mal, können wir jetzt gleich zum Schiff teleportieren? Warte mal. Was ist denn? Sack. Dürfte nichts allzu lang sein, ne? Die Ladezeit. Ablegen. Ungeheuer. Howdy. So. Wir müssen uns hier lang. Okay. Weißen nichts, ne? Okay. Wir sind jetzt hier, ne? Da vorne ist die Mauer. Okay. Okay. Macht's schneller! Ekeros, ich darf nichts. Okay. Okay. Bereitet euch! So, jetzt ist er mal da, oder? Okay. So, da rüber, an und rein da, schön, das schönste Ding, schönste, hoppala, du bist nicht da hoch, auf, wie ein Telefeln, so, warte mal, hab ich gedacht, das ist ein Krokodil, oder so. Ähm, haben wir das jetzt entdeckt, erforscht, man. Warte mal. Komm schon, komm schon, komm. Eine Opferungsstelle, ne, aber, ne, haben wir jetzt was entdeckt, okay, jetzt geht's los, da. Uh, ne, große City hier, ne. Irgendings, äh, Olympiastadion oder so, keine Ahnung. Ne, jetzt müssen wir so rüber. Und drauf, schiffs. Bam, 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 bam. Aioi, aioi, bis wir dort sind, ne. Wir sind bereit, wenn wir uns. Schau mal, da ist was. So. Schub, schub, schub. Ne, ne, ausfahren. Ich brauche die Schimpfen. Vorbeiste Tempel jetzt, verdammt. Hä? Ah, hier. Eialarm. Das war's, ne. Das war's, ne. Das war's, das war's, das war's, das war's, das war's. Da schwimmt einfach weiter, was ist denn das? Arsch. Da ist schon Kassandra. Das ist nur ein Fisch. Nee. Komm, rein da. Dann packen wir. Was warten. So. Komm, rein Fischi. Da war aber noch was, ne. Müssen wir schauen, was hat da hinten. Da ist Luft drin. Ja. Da, da, da. Das ist der Röhre. Das möchte ich doch hier Das ist gut. Ja. Haben wir sonst noch was hier? Wasserheialarm. Haben wir alles abgekrastet? Wollen wir die Haie noch killen oder so? Ich weiß nicht. Da. Zack. Ach. Scheiße. Das haben wir abgefrühstückt. Das schaut so verdächtig aus. Wir schauen mal hier hin. Macht schneller. Macht schneller. Sonst gibt es Schille. Wir schauen mal hier hin. Ja. Die Ariel, die Meerjungfrau. Oh, wer das ist. Oder ein Hirsch oder was auch immer. Jetzt müssen wir aufpassen. So. Vorne ist ein Dings. Okay. Aussichtspunkt. Na, 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 na. Ah, wie weit ist das noch? Doch, ein Stückchen mehr. Ist gedacht. Egal. Was wir haben, haben wir, ne? Schläge sie. Was ich erwischt werde, habe ich ein Problem. Okay. Ach, ne. Nö. Komm mal drauf. Eu weiß nicht, warum die ist denn so scheiße, oder? Komm mal auf, wieder Kassandraَ. Hopp locked. Ja. Job. Was ist denn jetzt wieder kaputt? Keine Ahnung Hirschkuh gefunden, eine Länge deres dir Welch edles Geschöpf Die Götter selbst werden vor Neid erblassen So Ah ah Kameranda Ok Er will es wissen Verdammt Das ist ziemlich stark das Vieh ne, oder? Zum Schmuppern, ne? Hoppala Hey Wir machen überhaupt keinen Schaden mit dem Vieh ne? Bis dann mal ein Speer nehmen, ne? Der macht ein bisschen mehr Damage Schmuppern Hoppala Jetzt wird gar keine Energie mehr Hey Scheiß dich an Oh Das bringt sie ja nix, nur das lädt sie mir auch Okay, okay, ich sehe schon Der kriegt nochmal neue Energie dazu und das ist natürlich unterproduktiv, ne? So Aber wir machen uns einmal auf dem Weg nach dort hin Na komm Hoppala Los Richtig totale Viecher sind dann da unterwegs, ne? So 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 Auf wieder Kassander Hoppala Mhm Und zum improvisieren Was sind denn da vier Viecher gewesen? Bär oder so Bei mir? Ne Istanbul in der Knei Ist ja 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 Ist ja 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 Ist ja 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 Ist ja 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 Gipfel Okay Hm Was hat für Gebiet? 18er Gebiet Okay Naja Aber wieder Überlänge, ne? Naja Kann passieren, ne? Willkommen zurück Wohin segeln wir? Wohin segeln wir? Wir segeln nochmal Ach dorthin So Und Schub Volle Kraft von raus Haltet das Tempo Wir haben drei Punkte entdeckt Los, an eure Ruder Ihr Luder Bruder So Naja Kamos estios, ne? Sie fahren in die Richtung Los, los Und Hier ist das Tempel Und Schalakis Neuer Ort entdeckt Ohohoho Ja, ruhig brauner, ne? Da kann man nicht weiter, ne? Entschuldige So Achso, ein Schiet Das sind ja nur so kleine Baracken, ne? Wenn ein wirklich schönes Wormviertel ist das nicht, umbedingt. Was? Poseidon-Tempel entdeckt, okay. Du musst dich sehen lassen? Ja, Cassandra, du musst dich sehen lassen, was du gesagt hast, ne? Na 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 na, gib uns dich deine Cassandra, da 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 da, hopp am Moped! So, dann haben wir dir auch eine Herb-Insel oder so auch wieder entdeckt. Okay. Neue. Okay. Warte mal. Neue Teleport. Warte. 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 Wir sind sehr weit weg von den eigentlichen Zielen, ne? Verdammt. Okay. Okay. Naja. Das Viertel haben wir gerade entdeckt, ne? Sparta. Sparta. Ja. Lass mal das. Ja. Wir müssen zum Schiff. sehr gut. Tempo markt einschauen, bitte. Los, komm! Kapitän, die Ruderer halten das nicht durch! Müssen wir nicht mehr weiter rudern. Ah da, oh Gott, da war der Hafen gewesen. Super. Mal schauen. Okay. Ja, das ist ganz doll. Ah. Wir fahren dann doch gerade raus. Die Bucht von Marathon liegt vor uns. Marathon? Du weißt. Die Schlacht, in der eine Handvoll Athena die erste Persische Invasion zurückschlug. Mh. Der große Technistus ist. König Darius von Persen. Ich weiß nicht. Der Ort, wo der große Ceseus den kretischen Stier erschluckt. Oh, das Marathon. Na, ihr seid hoffnungslos. Mh. Rudert los! Alles bereit, mit Fettrachen! Alles bereit, mit Fettrachen! Oh, das Marathon! Na, ihr seid hoffnungslos. Sehr gut. Ah. Haben wir da schon entdeckt? Ah, da vorne. Weg da. Kassandra in Einsatz. Da tut er da. Wir sind schon da. So. Die Ruinen sind eine stete Erinnerung an die Verwüstung, die die Persen. zu uns brachten. Alles war besser, bevor die Messer kamen. Schweig! Willst du, dass sie dich umbringen? Mh. So. Ein Schatz. Ein Guckel. Noch ein Schatz. Gut zu wissen. Ähm. Ja, da gibt's nix klar, ne? So. Schon gehört? Agapius und sein Meister wollen die Messer vertreiben. Es ist ein gefährlicher Plan. Ja. 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 Das ist der Ort, da, ne? Kein Acht, noch gar nix. Wir machen eine Blunde Partie da noch schnell. Zack, 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 zack. Ja. 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 Drei Haier, eine Kiste, zwei Kisten, vier Haier. Das muss gut sein, Pilot. Vorwärts! Ja. 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 Er complexity. Ja 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 ja. Scharfstützung. Sehr gut. Und dann tauchen wir mal eine Runde. Es gibt keine Gefahr mehr. Dann kann man schon in Ruhe lupen. Wo ist denn das jetzt? Kistchen. Okay. Weiter vorne. Na? Mag er nicht. Mag er nicht. Man mag es einfach nicht. Schneller, schneller. Wir müssen nach oben. Leider. Auf, auf. Auf. Und. Hopp. Nein, nein, nein. Auf, aus. Muss ein bisschen Luft holen noch. Und jetzt. Auf. 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 Schiff, Armeister. Neues Schiff haben wir bekommen. Schaut die Baracke aus. Okay. Können wir eigentlich... Bekannten, ne? Und das geht noch nicht. Inventar. Waffe zerlegen könnten wir ja... ... über... Na? Was ist denn das? Haben wir jetzt... Nein, haben wir noch nicht genug. Okay. Und das geht. Nymphenklinge. Sag mal, die Nymphen klingen ja auch weg. Oh, okay. Schottel. Sparta. Und jetzt könnten wir eigentlich unseren Rumwurf aufbessern, ne? Sollten wir das machen? Dann ist ja legendär gleich, ne? Ich glaube, das brauchen wir. So. So, jetzt sind wir wieder pleite, ne? So haben wir das gemacht. Einen Bogen haben wir da. Okay. Beutelchen. So. So. Nochmal Beutelchen. Messerchen. So. So. Besser mal, aber... Ne. Das macht nicht. So. Kapitän! Du bist zurück! Hey! 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 Ich kann mal nicht ganz so richtig zurückgehen. Ich habe nicht. Hm. Da haben wir schon zwei Sachen oder... Ist egal. Wir fahren jetzt direkt rüber, ne? Der eine Bucht da vor uns nehmen wir noch mit. Oh, wie ein Fährt's denn überhaupt? Äh... Hirngang. Ist das schon gepucht? Ne. Wo? Wo? Ich sehe sie nicht, aber da. Bruderer, bereit machen! Er trinkt, oder? Öffnet das Segel! Hm... Da ist die Bucht. Hol das Segel ein! Lange in das Verhandeln. Was deine? Dein Speer. Wie hast du ihn gefragt? Mutter sagte, die Spartaner hätten ihn von der Schlacht bei den Thermopylen zurückgebracht. Warum ihn ihr zurückbringen? Leonidas war ihr Vater. Unglaublich! Der Speer schenkt dir Visionen. Vielleicht will er dich führen, die einen Weg zeigen. Mehr noch. Er hilft mir in der Schlacht. Wie genau? Ich kann es kaum beschreiben. Es ist... ...als kenne ich die nächste Aktion meines Gegners... ...schon bevor sie passiert. Aber geht. Faszinierend! Das ist wirklich außergewöhnlich. Mini, 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 mini. Was war? Da war so schönes. Okay, da war nix aufregendes. Aufregendes. Ein Schatz. Zwei Schatz. Zwei Schatz. Zwei Schatz. La 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 la. Der Schatz geht gleich mir. La 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 la. Lüfter. Das war nur Blödsinn da drin. Nichts bedeutungsvolles. Der Feier. Verrückt. Das muss drinnen sein, ne? Die Kiste. Hier. Hoppala. Das ist das andere. Stell dir ein bisschen an, ne? Die Leute schauen dir zu, ne? Was du machst. Hoppala. Vanditenschwert. So ein Scheiß. So. Icarus. Wo ist denn das andere Kiste? Hm? Ne. Wo ist denn das andere. Hier. Wo ist denn der Weg oben? und tschüss danke für nichts tschüss ablegen so jetzt sind wir da das bedeutet nichts gutes nicht wenn du so große kranken fisch ist ein kopfgeld wurde im pferd sehr nice das war ein bilder wird jetzt in der folge über zehn minuten sich aufpassen der zeit geht so schnell ich bin etwas mehr davon beeindruckt dass andros den teuersten marmor in der ganzen welt ist das der ort mit den ruinen einer alten zivilisation von dem du gesprochen hast oder das ist er nach einem großen oder lang bereitet euch aufs festmachen vor es gibt viel zu tun und so viel unbekanntes das ist jetzt das wo müssen wir hier sehr komisch warte mal was ist jetzt los da wäre ich was geht es hier also das land der beute land der täler land der ströme das ist dann der höhle jetzt haben wir mal für quest markiert jetzt kommt es mir erst verdammt aus den schatten abelato meine goethe spielt das 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 kommt macht mich konfus so so ok wie das war gekonnt jetzt nur mit der wird das eine tür so etwas habe ich noch nie zuvor gesehen so ihr kennt das prozedere speichern oder so und ja ich verabschiede mich jetzt sonst wird die folge echt extrem lange zwischen über stunde 10 und ja gut hat rein ciao